Jetzt geht es weiter mit dem Besten aus dem Katalog und wir drehen die Uhr ein bisschen zurück zu unserem aktuellen Weihnachtskatalog bzw. dem vom letzten Jahr. Da hatten wir ein Titelprodukt, da sehen Sie es, eine Spielekonsole, die nicht nur uns alte Hasen hier total begeistert, sondern jeden begeistert hatten. Die war ruckzuck schon Anfang November ausverkauft. Jetzt sind sie endlich wieder lieferbar, das nächste Fest steht vor der Tür und vielleicht ist das auch ein perfektes Ostergeschenk. Aber Carsten, wir haben mittlerweile gemerkt, nicht nur die Alten sind begeistert davon. Also ich muss zugeben, liebe Zuschauer, ich kann verstehen, dass dieser Artikel so lange ausverkauft war. Aber so zahlreich haben sie da im letzten Jahr zugegriffen. Es macht so unglaublich viel Spaß. Ich kann mich gar nicht davon losreißen. Ich bin bei Spiel Nummer 1, Ralf, bei Superhero. Ich muss hier so ein typisches Jump-and-Run-Spielchen mit einem kleinen F hier so einen Parcours meistern. Und das macht unglaublich viel Spaß. Ich für meinen Teil fühle mich das ein Stück weit in meine Kindheit zurückversetzt, wo man so diese Spielhallen-Spiele, diese Arcade-Spiele hatte. Man schmisst eine Mark in so einen Automaten rein und hat dann losgedaddelt, so aller Pac-Man oder Asteroids, wenn ich Ihnen das noch was sagen sollte. Und hier haben wir 300 Spiele. Sie haben richtig gehört, 300 Spiele in einer einzigen Konsole. Davon sind 84 Spiele, sogar für zwei Personen spielbar. Hier ist nämlich noch ein zweiter Controller mit dabei, sodass man jederzeit nicht nur alleine, sondern auch zu zweit mal ein richtig schönes Spielchen spielen kann. Und wer jetzt meint, das wäre nur für uns alte Esel, der soll mal unseren jungen Damen zuschauen. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, fahren Sie gerade Autorennen, oder? Ich weiß nicht, haben Sie es schon geändert? Oh nein, jetzt sind Sie im Weltall unterwegs. Aber das finde ich faszinierend, was uns damals in unserer Jugend fasziniert hat. Das fasziniert die Jugend von heute auch. Und 300 Spiele in einer Konsole, alles mit dabei. Und das für 25,64 Euro. Das ist ein Spielspaß für die ganze Familie, Carsten. Das muss man ganz klar sagen. Also da haben die jüngeren Spieler garantiert Spaß dran, da haben die Teenager Spaß dran, die auch mal eine Konsole normalerweise gewohnt sind. Wir wissen, glaube ich, alle, was so etwas kosten kann. Wenn Sie Teenager im Haushalt haben, muss ich Ihnen das, glaube ich, nicht erzählen. Da bist du bei einem Spiel schon bei 70, 80 Euro mittlerweile. Und dafür musst du dich gar nicht anstrengen. Dafür haben wir aber auch, ich sage mal, so unsere Generation, also auch noch, und den Spaß dran, weil wir so etwas tatsächlich damals noch gespielt haben. Auf dem Atari, auf dem C64 und so weiter. Oder dann irgendwann, als man dann endlich 18 war, also auch mal in einer Spielhalle. Macht unglaublich Spaß, liegt super in der Hand. Und man hat die Auswahl aus 300 verschiedenen Spielen. Ich wüsste gar nicht, wo ich da überhaupt anfangen sollte. So cool ist das hier. Ja, so wie du spielst, unterwegs, in Bus, in Bahn, von mir aus auch im Flieger, dann auch gerne zu zweit. Aber wenn Sie zu Hause sind, da sehen Sie es, können Sie es an jeden x-beliebigen Fernseher anschließen. Und hier sehen wir jetzt mal so ein Autorennen, wo man wirklich gegeneinander fährt. Und wir machen jetzt mal gerade Querschnitt durch, um absolut ein paar Spiele anzureißen. Noch mal 300 Spiele sind drin und Retro Games sind wieder voll im Trend. Viele haben ihre alten Spielekonsolen der ersten Generation wieder aus dem Keller geholt und spielen die alten Spiele wieder. Hier haben Sie eine Spielekonsole, die Sie überall hin mitnehmen können. Einfach an den Fernseher anschließen oder gar ohne Fernseher spielen. Und dann ist da Spaß für groß und klein. Mein Sohn, mein Schwiegersohn, die sind ja so Zocker an der neuen Spielekonsole. Aber die spielen auch gerne diese Retro Games. Das macht ja auch Spaß, weil es ist leicht zu erlernen. Also man muss da keine Bedienungsanleitung lesen und gar nichts. Man muss da nichts studieren und nichts. Man macht das Spiel an und man gibt Gas. Ein, zwei Versuche später. Sie wissen, wie man springt. Sie wissen, wie man läuft. Sie wissen, wie man schießt. Und dann geht der Spaß eigentlich schon richtig los. Guck mal. Was ist hier los? Mundi ist Kappaden gegangen. Mal schauen, ob es jetzt Diana schafft. Und... Oh! Ja, natürlich ein bisschen Übung gehört dazu. Aber es ist ja jedes Spiel kostenlos. Wenn ich mir denke, du hast es vorhin gesagt, ich glaube, drei Spiele waren im Markt. Bei mir ist viel Taschengeld da reingeflossen. Ja, ein Großteil davon. Weil normalerweise wären jetzt schon wieder 50 Pfennig weg gewesen. Ja, aber hier spielen sie, solange sie wollen. Miteinander, gegeneinander, alleine, zu zweit, wie sie das möchten. Und ich finde das phänomenal, dass unsere Jugend jetzt plötzlich wieder zurückkommt. Ja, und jetzt haben wir wenigstens auch mal eine Chance. Jetzt können wir wenigstens mal mithalten. Hören wir gerade hin. Ah, jetzt ist es auch verstanden. Selbst der Sound der 80er. Das ist dieser typische Spiele-Sound aus den 80er-Jahren. Natürlich hat jedes Spiel seine eigenen Sound-Elemente, seine eigene Musik mit dabei. Und das alleine macht schon einen unglaublich faszinierenden Reiz aus. Ob das jetzt Schießspiele sind, wo man irgendwas treffen muss, Zielen schießen, ob das diese Jump-and-Run-Geschichten sind, wo man irgendwo springen muss, wo man irgendwie Geschicklichkeit beweisen muss. Ob das Sportspiele sind oder auch mal so klassische Arcade-Spiele, wie man so schön nennt, Autorennen. Alles, was so das Herz begehrt, ist da tatsächlich mit dabei. Sie haben 300 Spiele zur Auswahl, 84 davon. Gerne auch mal mit zwei Personen, entweder an der Konsole selber oder gerne auch auf jedem Fernseher. Das Kabel, was Sie brauchen, ist mit dabei. Das ist schon eine coole Angelegenheit. Ja, und einfach mal auspacken, wenn es mal langweilig wird auf einer Familienfeier. Die Enkel schnappen und sagen, jetzt zeige ich euch mal, wie der Opa früher gedattelt hat. Und ich glaube, das begeistert jede Generation. Es war lange nicht lieferbar, weit vor Weihnachten ausverkauft. Sie sehen es nochmal, Titelprodukt unseres Weihnachtskataloges. Jetzt ist es wieder lieferbar. Machen Sie sich selber eine Freude. Oder verschenken Sie es zu Ostern zum Beispiel. Ostern ist ja gar nicht mehr so weit. Du hast auch nicht mehr aufzutappelt. Nee, nee, ich habe wieder den Superfighter hier erwischt. Ich muss hier gerade mit... Haha, jetzt hat er mich schon wieder erwischt. Wie heißt der? Warte, der heißt... Battleplan heißt der. Battleplan? Ja, da bist du mit so einem Flieger unterwegs und musst so verschiedene Dinge abschießen. Macht unglaublich süchtig. Was spielen die zwei gerade? Was macht ihr gerade? Ist das Tennis oder? Was ist Tennis? Das ist mein Board hier. Wer gewinnt von euch? Wie diese... Ach, das sind so Boote. Jetzt sehe ich es erst. Okay. Sie werden ganz viele neue Spiele entdecken und das für 25 Euro und 64 Cent. Das ist ihr TV-Sonderpreis. Und schauen Sie mal in die faszinierten Gesichter. Obwohl die Spiele wahrscheinlich doppelt so alt sind wie Monika und Diana, haben Sie viel Freude dran. Ja, das ist wirklich so im Stil der Spiele aus den späten 70ern, frühen 80er Jahren gemacht. Ich hatte eine Heidenfreude da früher dran und kann mich auch heute immer noch dafür begeistern. Und ich bin in meinem 50. Lebensjahr. Also so eine Konsole, die liegt einfach super in der Hand. Das kennt man noch von früher. Es ist leicht zu machen. Es gibt nur vier Richtungen. Rauf, runter, rechts, links. Es gibt was zum Springen. Es gibt was zum Schießen. Mehr musst du nicht wissen. Und dann hast du tatsächlich mal bei so einer langweiligen Busfahrt, bei der langweiligen Bahnfahrt oder vielleicht mal im Fond sitzend als Teenager bei einer langweiligen Autofahrt einfach mal ein bisschen was zu tun. Und das für ganz, ganz kleines Geld. Das ist Spitzenklasse hier. Ganz, ganz kleines Geld. Sie bekommen natürlich wieder den TV-Sonderpreis. 25,64 Euro. Die Spielekonsole, den Zusatzcontroller, Anschlusskabel und 300 Spiele. Und das alles bekommen Sie mit der Bestellnummer ZX3088 und die 569. Natürlich mobil unterwegs zu spielen geht dank Batterienbetrieb. Ja, richtig. Und zwar mit AAA-Batterien. Und da hast du uns jetzt noch ein 20er-Set mitgebracht. Und das war mir wichtig, dass Sie natürlich dann auch entsprechend versorgt sind. Also grundsätzlich hält so ein Satz Batterien dann doch eine ganze Weile. Aber wenn dann irgendwann so eine Batterie mal leer ist, braucht man ganz einfach mal Nachschub. Ich glaube, Sie werden mir recht geben, wenn ich sage, dass man natürlich so einen ordentlichen Vorratspack AAA-Batterien immer, gebrauchen kann. Die brauchst du für Uhren, die brauchst du für Fernbedienungen, die brauchst du für Spielzeug, die brauchst du für alles Mögliche, auch für Kameras und so weiter. Und grundsätzlich empfiehlt es sich immer, da mal so eine Handvoll von zu Hause zu haben. Ja, und vor allem, Sie brauchen es aktuell für Ihre neue Spielekonsole. Die Bestellnummer für das 20er-Set, weil Batterien kann man nie genug haben, ist die PX1565 und die 569 der Preis gerade mal. Ihr TV-Sonderpreis 5,69 Euro. Bestellen Sie sich gleich das 20er-Set mit. Und weil die Nachfrage schon wieder riesengroß ist, möchten wir noch mal kurz anreißen, was wir hier denn wieder haben. Denn das Titelprodukt des Weihnachtskataloges ist endlich wieder lieferbar. Eine Spielekonsole der Extraklasse, die uns in unsere Jugend zurückversetzt. Ich spiele gerade Curly Monkey, liebe Zuschauer, es macht unglaublichen Spaß. Was machen die Mädels gerade? Die sind noch bei diesem Schiffespiel dran. Also das ist schon wirklich klasse. Und ich habe jetzt hier gerade mal eben auf die Stelle mal so zwei, drei Spiele mal angerissen. Das ist alles kein Hexenwerk. Man kennt diese Figürchen, man hat es alles irgendwie schon mal gesehen, man hat es schon mal gespielt. Und alleine dieses Durchklicken und das Spieleentdecken ist schon eine Heidenfreude. Allein das wäre es mir das Geld schon wert. Ja und vor allem, es findet jeder seine Lieblingsspiele. 20, 30, 40 Lieblingsspiele. Vor Weihnachten der Riesenhammer, im November schon ausverkauft. Und dann mussten wir immer sagen, tut uns leid, nicht mehr lieferbar. Jetzt ist es endlich wieder lieferbar. Sie bekommen das Titelprodukt der Renner vor Weihnachten, jetzt wieder rechtzeitig vor Ostern. Mit der Bestellnummer ZX3088 und der 569. 25,64 Euro. Das ist Ihr TV-Sonderpreis für Sie selber. Komm, wir spielen mal eine Runde gegeneinander. Als Geschenk, ganz egal. Das ist auf jeden Fall Spaß für Jung und Alt. Holen Sie es sich nach Hause. So, auf geht's.